Sie sehen hier die PID-Serie, Pilot and Degraded Dome Regulator. Das sind Dome-Druckminderer für Gase und Flüssigkeiten. Diese sind interessant für Gasehersteller, Anlagenbauer für Chemieanlagen, Rohrleitungsbauer. Das Besondere der PID-Serie ist präzise Druckregelung und die nahezu vollständige Kompensation bei Vordruck- und Entnahmeschwankungen. Eine in sich geschlossene dynamische Druckregelstrecke bis zu einem Arbeitsdruck von 380 Bar. Kein Gasverlust, da am Ende der Regelstrecke das Steuergas wieder der Prozessleitung zugeführt wird. Dies ermöglicht ebenfalls den Einsatz für aggressive und brennbare Gase. Mein Name ist Andreas Megerlein, ich bin Geschäftsführer der Hornung GmbH.